Musik 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 Jetzt sind wir 20.11 Uhr, am Viertel vor, startet dann das Kapellfest aus Oberried. Und ich darf jetzt schon zu unserem Vertragungsteam schalten und gerade zu Petra Köppel übergeben. Ja, guten Morgen miteinander und herzlich willkommen. Wir begrüssen Sie da herzlich vom Kapellfest in Oberried im St. Galler Rintel. Der Festgottesdienst wird zelebriert vom Bischof Markus Büchel und dem Bischof Bertram Wick. Der Bischof Bertram Wick, er kommt ursprünglich aus Waldkirch, St. Galler und ist seit einigen Jahren Bischof in Ecuador. So, also jetzt ist da der Einzug. Zu vorderst vorne sind sechs Ministranten. Und danach kommen da alle Priester. Etwa 15 Gastpriester sind da heute anwesend, die einerseits aus der Region angereist sind, aber auch von weiter her, sogar aus Indien, sind da Priester da. Und die Zyrester. So möchte auch ich alle ganz herzlich willkommen heissen und begrüssen. Es hat uns alle hergetrieben. Ich glaube, da hat nicht die Bischöfe allein das Privileg. Es ist jedem und jeder, wo da ist, ein Bedürfnis, die Stunde jetzt zu feiern, in der Offenheit für das, was Gott uns schenken will. Und einfach an der Hand von Maria, die alle unsere Knoten kennt und die Knoten auch möchte helfen, lösen. Wir töten uns am Anfang sammeln. Ich bin überzeugt. Es sind in diesen 20 Jahren der Priesterkapelle schon viele stille Wunder geschehen. Wunderbarer Ort, wo man... Ich möchte euch einfach sagen, habt euch wieder neue Freude am Glauben, an der Beziehung zu Gott. Freut euch, dass unser Gott verkündet worden ist, wo man dürfen glauben. Er hat mich gern, so wie ich bin. Und er kennt meine Knoten. Und Maria hilft mir immer wieder. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und es bleibt so, weil es heilt die göttliche Kraft! Ja, tschau, 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 tschau! Musik Musik